Das Auswählen und Ändern von Zeichnungselementen in Ares Touch ist einfacher als je zuvor, dank der neuen Griffe. Wir können problemlos verschieben, skalieren und drehen. Das ist sehr anwenderfreundlich, insbesondere wenn Sie mit gruppierten Elementen arbeiten, wie Blöcken. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um die aktualisierte Benutzeroberfläche von Ares Touch zu betrachten. Sie verfügt nun über Farbtupfer in den Symbolen, dem Designstil von Ares Commander und Ares Kudu folgend. Natürlich hat das Ribbon in Ares Touch eine andere Form, angepasst an die Bedürfnisse der Benutzer von Smartphones oder Tablets. Aus diesem Grund sehen wir große Symbole und verschiedene Kategorien und Ebenen innerhalb einiger Funktionen. Wenn wir beispielsweise in Ändern das Icon bearbeiten anklicken, gelangen wir zu einer zweiten Ebene, in der wir Polylinie finden. Bei Auswahl dieser Funktion gelangen wir in eine weitere Ebene mit spezifischen Optionen. Die Befehle können auch namentlich aufgerufen werden, wie wir es in der Befehlsleiste in herkömmlicher CAD-Software tun würden. Beachten Sie, dass Ihnen beim ersten Öffnen von Ares Touch nur die kostenlosen Funktionen angezeigt werden, bis Sie sich anmelden. Danach können Sie alle Funktionen nutzen und auch die Bearbeitungs- und Kollaborationsfunktionen sehen. Schauen wir uns nun ein weiteres Beispiel an. Um mehrere Elemente gleichzeitig auszuwählen, können wir die Kreuzen-Auswahl verwenden oder die Fenster-Auswahl. Mit den im Ribbon angezeigten Optionen können wir Elemente zur Auswahl hinzufügen oder aus der Auswahl entfernen. Lassen Sie uns die Griffe verwenden, die wir gerade kennengelernt haben. Wir nutzen zuerst die Option Anpassung auswählen, um alle Blöcke oder Elemente mit denselben Eigenschaften auszuwählen. Und wir verschieben sie nun mit den Griffen, wie wir es schon gesehen haben. Nutzen wir nun eine weitere Funktion, beispielsweise den Befehl Schnelles ändern, der sehr interessant ist, da er das zusätzliche Kopieren ermöglicht. Wir können mit der Bearbeitung fortfahren, ohne die getroffene Auswahl zu verlieren. Und mit Verschieben abschließen. Im Ribbon finden wir auch alle Werkzeuge für Blöcke, die für die Bearbeitung einer Zeichnung auf einem mobilen Gerät wichtig sind. Der Befehl Block einfügen bietet eine einfache Möglichkeit, mit wenigen Klicks neue Elemente in die Zeichnung zu bringen. Das Einfügen von Blöcken ist hier auf Blöcke beschränkt, die bereits in der aktuellen Zeichnung vorhanden sind. Deshalb bekommt die Trinity Block Bibliothek eine besondere Rolle, da sie standardmäßig eine große Vielfalt an Blöcken anbietet. Beachten Sie, dass Ares Touch den dynamischen Teil von Blöcken noch nicht nutzen kann und diese vorerst nur als einfache Blöcke einfügt. Ihre Eigenschaften bleiben jedoch erhalten und Sie können sie später mit Ares Commander oder Ares Kudo manipulieren. Zusätzlich zu hunderten von Blöcken, die bereits in der Bibliothek enthalten sind, können Anwender mit einer Trinity Lizenz neue Bibliotheken erstellen und ihre eigenen Blöcke hinzufügen. Diese Online-Bibliotheken können Sie mit anderen benannten Ares-Anwendern oder der gesamten Technikabteilung der Firma teilen. Wenn eine Blöck-Bibliothek mit uns geteilt wird, erhalten wir automatisch eine Benachrichtigung, die uns darüber informiert. Die Freigabe ermöglicht uns den Zugriff auf diese Blöcke über die Trinity-Blog-Bibliothek in Ares Touch und, wenn wir eine Trinity Lizenz haben, auch über Ares Commander und Ares Kudo. Apropos Ares Trinity, Ares Touch stellt Ihnen weitere Kollaborationsfunktionen zur Verfügung. Sie können sich weitere Videos über die Ares Trinity Kollaborationsfunktionen ansehen und mehr darüber lernen, wenn Sie die Online-Kurse der Graebert Academy besuchen. Sie können sich die Online-Kurse der Graebert Academy besuchen, wenn Sie die Online-Kurse der Graebert Academy besuchen.